Was mich ein wenig erstaunt, dass so viele Leute, also junge Leute hier arbeiten. Da bin ich überrascht. Junge Ärzte, aber alle gut, sehr nett, alles tipptopp bis jetzt. Also in der Schweiz hätte ich bezahlt in Euro ungefähr 45.000 bis 50.000. Und hier ist es dreimal billiger. Das ist schon ein Grund auch. Und auch die ganze Behandlung. Bis jetzt hatte ich null Schmerzen. Und das ist sehr gut. Also die Klinik hat mich sehr gut informiert, aufgeklärt. Und was auch wichtig war, auch der Preis, was sie mir gesagt hat, war bis heute fast auf den Euro gut. Also es stimmt immer überein und nicht irgendwelche Überraschungen. Auch die Abklärung mit den Zähnen, das hat alles gestimmt. Das war alles super. Also ich würde es auf jeden Fall weiter empfehlen.